Herzlich Willkommen bei 21.BAU TV live vor Ort und Premiere. Vier Pumpen sind im Einsatz, also eine steht unter Halbbronner Straße vor der Altenbahndirektion. Die können wir hier leider nicht sehen, aber haben heute Morgen schon gesehen. Und hier sind drei im Einsatz. Die alten Standorte, wir kennen sie rechts, die hinter der Bahndirektion, dann links unten im U-Turn und an der Halbbronner Straße auf unserer Seite steht jetzt auch noch eine. Und hier ist die erste Schicht fertig, also der erste Teil. Das ist der U-Turn von diesem über die ich gerade gesprochen habe und für alle, die noch nicht so firm drin sind. Der Beginn da drüben geht hier unten rum, kommt hier raus und direkt unter uns ist, man sieht es an den Spuren, der Zugang zur Rettungszufahrt. Kurz zwischendrin ein Blaulichtkanal, da wünschen wir gute Besserung. Und hier wollte ich eigentlich noch weiter rumkommen. Also wir sehen die vierte Pumpe hier oben stehen. Und wenn ich die Straße überquere, dann sehen wir die im vorderen Bereich der Bahndirektion. Aber die Brügel, der Besserung, die Pumpe hier oben stehen. Sogol. Sogol. Und hier geht es um, wie geht es uns auf die Besserung? Sogol. 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 Jetzt haben wir alle vier im Blick. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.